Wir wollen den Wohnungsbau in Bayern voranbringen, denn bezahlbarer Wohnraum ist eine der großen gesellschaftlichen Aufgaben. Dazu braucht es drei Dinge. Erstens einmal der Schutz der Mieter im Bestand. Wir wollen gegen Mietwucher härter vorgehen. Wir wollen eine Mietpreisbremse, die wirkt. Und deswegen setzen wir uns da sehr auf Bundesebene ein, dass die Rechte verschärft werden. Zweitens, wir wollen hohen Bestand fördern in Investitionen. Eine Milliarde Euro pro Jahr ungefähr bringen wir voran. Und das Dritte, das Bauordnungsrecht deutlich entschleunigen, entrümpeln und einfacher machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017